Was macht der denn da? Was machen sie denn da auf dem Baum? Ich probiere. Du probierst? Hoch sein. Paul, du bist nicht da. Ein bisschen gefährlich. Ja, ein bisschen gefährlich, ja. Du weißt, ich kann dich nicht retten. Ich bin gar nicht. Paul, du bist nicht da. Wird es ihm helfen? Nein. Wird es ihm nicht helfen? Okay. Du machst Paul. Ist da rein? Ja. Und jetzt kommst du wieder runter? Ja. Okay. Aber sehr gefährlich. Ja. Schön vorsichtig. Einfach. So, besser. Überlebt. Okay. Alles gut. Gut. Willst du raufklettern? Nein. 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 Das gut. Hein. Das ist. Auf geht's. Junge. Das ist gut. Das ist gut. Dann kam. Ja. Dann kam. Okay, 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 genug, ne? Ich bin nicht zurück, ich bin lieber da. Ja, ich glaub dir das. Du bist auch ein Vogel. Verrückt, oder? Ja. Oh, Raul, mach das nicht. Ey, Junge, du bist an die Verrückt gemacht. Weg ist er. Oh, munter. Ich hab keinen Verweis. Oh, Raul, mach keinen Scheiß, ey. Also, zum Beispiel, unter ist ein Tiger. Ja. Dann soll er mich fressen. Wenn jetzt ein Tiger kommt, dann kann er mich fressen. Ja, ich hab keine Angst. Ja, ja. Aber der wartet so lange, bis du wieder unten bist. Ja, ja. Ja, ja. Dein Augen ist vorsichtig. Also, ich hab's nicht. Nein. Ja, ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Wieder. Na das ist eigentlich mal fit. Geh Paul, du kannst nicht machen so. Geh Junge. Nee. Nee. Yeah. Paul. Lutz komm hier. Ja ich hab schon gesehen. Jawoll. Du verlierst gerade. Paul. Gib mir, gib mir. Nee. Feig. Ja. Aber mein Bauch ist nicht. Ja ich weiß nicht. Ich äh. Wie gesagt. Musik